Der hat dir echt noch einiges vor. Wir mussten früh aus der alten Wohnung als wir wollten. Stopp, stopp! So können wir die Musterwohnung vergessen. Ich finde eine Lösung. Beruhig dich. Du weißt doch selber, wie viel Pest wir haben. Material, Fehler, Lieferengpässe. Ja, und du weißt, wie wichtig das hier für uns ist. Sie kriegen das hin? Ihr seid unsere neue Nachbarn. Doreen! Hey, wir machen es uns hier schön, wirklich. Sprecht. Ich würde dich niemals feuern, Rainer. Ich hatte das mal raus. Die hätten uns so oder so rausgeschmissen. Das hätte doch gar nichts gebracht. Kam schon. Wir nehmen uns einen Anwalt. Dann lässt du dir einfach so alles wegnehmen. Vielleicht wollen wir zu viel. Los! Ich hoffe, wir bleiben für immer hier. Natürlich. Natürlich.